Leute, 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 es ist wieder soweit, wir besprechen die aktuelle Folge vom... Ah ne, Quatsch. Ne Leute, wir machen heute das Fazitvideo zum YPC Bank 2022. Denn wir haben im Laufe der ganzen Folgen Kritik gesammelt. Wir haben gesehen, wie sich manche Dinge entwickelt haben zu den anderen Folgen. Wir haben Verbesserungsvorschläge und am Ende geben wir sogar nochmal unser Statement ab, wie wir das Ganze eigentlich fanden. Weil häufig waren wir, kam es bei vielen nur so rüber, dass wir vor lauter Gerante, was eigentlich gar nichts war, weil wir das Positive ja nicht immer in jeder Folge erwähnt haben sozusagen, kam es für viele so rüber, als würden wir gar keinen Spaß haben am YPC. Aber das ist ja gar nicht der Fakt. Das ist ja gar nicht der Fakt. Das sehen wir dann am Ende. Und Turketen, seht ihr schon das Gesicht von Turketen? Ich bin heute mal besser drauf als letztes Mal. Turketen hat sich auch wieder beruhigt. Und ja, ich glaube, bevor wir reingehen, müssen wir noch kurz einmal kurz über Ton sprechen. Da ist jetzt vorgestern so eine heftige Nachricht. Ton hatte einen schweren Autounfall. Ihm geht es jetzt erstmal soweit gut. Er konnte eine Instagram-Story posten. Liegt er wahrscheinlich noch im Krankenhaus. Wissen noch nicht viel mehr. Auf jeden Fall an dieser Stelle gute Besserung an Tonen. Und dass es sehr schnell wieder besser geht. Und ja, schreibt ihm wahrscheinlich auch nochmal. Vielleicht nehme ich noch ein Video, auch für alle, die den Talk nicht sehen. Bringe ich das für Dienstag. Dass wir da sehr, sehr viele Genesungswünsche an seinen Instagram-Account posten. Aber das sah wirklich schlimm aus, das Auto. Der hat einen Autounfall gehabt. Da hat man nicht mehr erkannt, dass das ein Auto war. Also das hatte vorne keine Schnauze mehr. Deswegen brauchen wir wirklich Ton. Auch wenn du uns nicht verstehst, was wir sagen. Aber gute, bessere Mann kommt stärker wieder zurück. Bist jung, das wird schon. Kennst du dieses Sprichwort, wenn so junge Fußballstars so spielen, dann immer dieses, wenn er sich nicht verletzt, dann wird er ein ganz großer. Und ich hoffe, Alter, ich hoffe, der kommt da irgendwie ohne großartige Nachwählen wieder raus. Ich drücke die Daumen, Alter. Gute, gute Besserung an der Stelle. Aber wie gesagt, er gepostet. Ich glaube, wenn es schlimmer wäre, hätten es wahrscheinlich nicht gepostet. Gehen wir mal vom Besten aus, dass es gut ist. Und ja, wie gesagt, ich mache immer Witz über Dustins Auto, aber der Dustin weiß schon, warum er so ein Auto fährt. Das kann halt immer passieren, das vergisst man immer. Haben Sie ein Auto mit großer Knautschzone? Ich nenne den SUV. Ja, aber ehrlich, also bei meinem Golf weiß ich nicht, ob da so viel vorne übrig bleiben würde. Da ist nicht so viel, was meine Beine irgendwie schützt von irgendwas. Also von dem her, Ton, get well soon. Oh ja, ich hatte dieses Jahr auch einmal richtig Glück, Alter, dieses Jahr übrigens. War Mitte des Jahres, ich war auf der Autobahn und dann mittlere Spur. Und von rechts, rechte Spur der LKW kam gefährlich nahe zu mir rüber und rammt mich auf einmal. Und ich hatte alle meine Mädels im Auto und die Kinder drin und sowas alles. Und ausweichen, wir sehen dann drüber, es ist nichts passiert, nur Spiegel ab und ja, keine Farbe mehr ran und sowas alles. Und ja, das war auch krass, Alter. Da geht ja erstmal der Stift, aber jetzt nichts zu vergleichen mit Ton auf jeden Fall. Aber das ist krass. Naja, vielleicht bei einer Sekunde später, vielleicht schon. Ja, 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 auf jeden Fall. Seid einfach vorsichtig, Leute. Tut nie auf euer Recht bestehen. Sag ich, das ist Münchner, weil wir fahren hier wie die Versenkten, fahren wir hier. Also deswegen, ich lasse immer jedem die Vorfahrt. Ist mir scheißegal, wenn ich dann BMW mit 120 anfahren sehe, denke ich nicht so. Ich habe aber Vorfahrt. Einfach nicht. Ja, ja, ja. Und ihr kennt mich, ich kann gut schimpfen, ich schimpfe da hinterher. Aber wie gesagt, einfach vorsichtig sein, weil das sind immer Sekundenbruchteile und ja. Ist so, fahrt vorsichtig, fahrt vorausschauend. Und denkt niemals so, ich bin der Stärkere oder so. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ihr seid die Stärkeren, wenn ihr am Leben seid. So, jetzt abhaken. Positive Sachen. Kommt positiv. Deswegen kommen wir zur Kritik. Aber ich unterteile zwischen positiver und negativer Kritik. Und alles, was wir hier sagen, soll nur dazu helfen, den YPC für euch als auch für uns besser zu machen. Und vielleicht nimmt sich Hecht und Barsch ja ein paar Ideen an. Und wir werden sehen. Wir werden einfach sehen. Wird es auf jeden Fall. So sieht es aus. Also freuen. Was hast du auf deiner Marre? Was hast du auf deiner... Fangen wir mit Contra an, oder? Contra ist, glaube ich, das Größte. Also erst mal vorweg. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Positiv an. Okay. Wie hat mir der YPC an sich gefallen? Und da habe ich schon vorhin zu dir gesagt, eine 9 von 10. Und das ist mir ganz wichtig. Ich werde immer als Mimimi-Turgeten bezeichnen. Ist auch richtig, Leute. Ich nehme euch das auch nicht krumm. Ich würde mir nicht dieses Format antun. Mit seiner biblischen Länge zum Teil. Wenn ich das nicht lieben und feiern würde. Und ich glaube, wer letzte Folge gesehen hat, wie sauer ich war wegen dem Finale, glaube ich, merkt auch, dass mir das ganze Format irgendwie was bedeutet. Ist mir egal, wenn ich sage, ja, das ist ein scheiß Schnitt. Ist mir egal. Weil ich mich aber so aufrege, ist es mir wichtig. Wenn ich mal hier in einem Talk sitze und sage, ja, war eine ganz gute Folge. Ich habe nichts mehr. Dann ist der Zeitpunkt, wo sich alles hier einen neuen Gast suchen soll, dann habe ich keinen Bock mehr aufs Format. Also dann habe ich einfach keinen Bock mehr auf YPC. Und ich liebe YPC, weil das Problem ist, dass das YPC einfach sehr, sehr, sehr nah ist. Die ganzen Angler sind keine Ärsche. Ich kenne niemanden bei den YPC-Teilnehmern, auch das Hecht- und Basch-Team. Da ist jeder für eine PN gut. Da schreibt dich jeder an. Und das haben mich auch schon Leute angeschrieben, bevor ich einen Stream hatte, bevor ich was gemacht habe. Weil die einfach mega dankbar sind und mega nah am Kunden und am Fan. Und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, du siehst das ähnlich als sie. Wir lieben dieses Format, sonst würden wir es nicht machen. Ja, auf jeden Fall. Da müsst ihr halt noch eine Folge Angel-News machen. Ich glaube, das wird dir einfacher fallen, als irgendwie dir eineinhalb Stunden Freizeit zu nehmen. Und deswegen, ich glaube, beliebendes Format. Ich fand es den besten YPC Bank bisher. Muss ich sagen. Ja. Ich habe natürlich zur Menge und wir werden gleich die Liste abgehen. Einige Sachen. Aber alleine Production Value und sowas. Wir kommen gleich näher drauf ein. War perfekt. Auf jeden Fall. Also das war der bestgeschützeste YPC-Teilnehmerfeld-Fische. Wir haben einige Rekorde dieses Jahr gebrochen. War wirklich spitzenmäßig. Von der Produktion her wirklich. Das könnte im Fernsehen laufen, Alter. Ohne Witz. Das war von der Produktion echt krass. Und von der Produktion her würde ich auch sagen, es war der beste YPC. Auf jeden Fall. Für mich persönlich war der Beste, als Enrico gewonnen hatte. Aber allgemein war es auf jeden Fall von der Produktion her der beste YPC. Und da merkt man einfach, dass Hecht und Bar sich einfach von YPC zu YPC einfach nur noch steigert. Und ich bin gespannt, wo irgendwo die Grenzen sind irgendwann von der Produktion. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ja, aber man muss sich überlegen, was Hecht und Bar sich für eine Firma ist. Das ist ein Angelladen. Ja, ja. Natürlich ein großer Angelladen. Keine Frage. Soll ich jetzt nicht irgendwie spektierlich denken. Aber es ist nicht ihr Kernfeature. Auch wenn sie bei YouTube irgendwo angefangen haben. Aber es ist nicht ihr Kernfeature. Es ist ein Angelturnier zu filmen. Das ist ja schon Dokumentationsstyle. Das ist ja nicht irgendwie so, wie am Anfang mit sechs GoPros und ein paar Kumpels machen das. Sondern die haben ja externe Fernsehteams sozusagen, die mitgehen und filmen. Das ist schon nochmal jetzt ein großes Stück. Dann die ganzen Drohnenaufnahmen. Ja. Ist aber auch besser so. Nachher wird nur von unten gefilmt, Alter. Hier oben seht ihr ein Video, was euch interessieren könnte. Was? Das ist euer Kamerastil. Jetzt hat man die Skycam. In Zukunft ist es die Skycam. Also von dem her Respekt, was ja auch hier ist, ja drauf. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, Leute, das kostet was. Und auch wenn wir jetzt sagen, ja gut, das ist ein Paid-Tournier und du kannst dich reinkaufen als Angelfirma. Ich glaube nicht, dass die Buy-Ins, die sie da tätigen, die Produktionskosten nur annähernd decken. Ja, ja, ja. Und ich habe auch die Sponsorings sind so, dass da keine Millionen wegfliegen. Und wenn man sich jetzt überlegt, solche Events wie letztes Mal von Montana Black, das hat er im Stream gesagt, hat 500.000 Euro gekostet. Was hat er gemacht? Dieses Get-Out, wo die im Knast rausgegangen sind, wo sich die eine zwei Hände gebrochen hat. Boah, Alter, ich habe die Headline gesehen. Auch Join läuft das immer. Die haben jetzt wirklich mit ProSieben so einen Deal mit Join. Und da ist ja auch die Knossi-Events und sowas. Ja, genau. Und da sprechen wir von einem Abend von 500.000 Euro. Jetzt kann man sagen, ja, Tim, Multikamera. Ja, aber die haben Produktionsteams. Auch in dem, wenn ich überlege, wie groß diese Starting-Phase ist, wie viel anderen, wie viel Fernsehteams du holst. Und ich spoiler euch mal, das sind keine 450 Euro Arbeitskräfte, die sie irgendwie irgendwo sich holen. Das sind Produktionsteams. Ja, das ist ja das. Da kommt noch Cutter, musst du bezahlen, all so einen Scheiß. Das ist ein Kronensprecher, der den kompletten YPC vertont. Also ich glaube nicht, dass wir da mit 500.000 Euro annähernd hinkommen. Ja, ja, ja. Und irgendwie, ja, die Köder, wer alles Sponsor, Scotty Grill. Ich glaube nicht, dass Scotty Grill hat erstmal keinen Grill gegönnt. Auch so ein Downer aus dem YPC dieses Jahr. Also ohne, Alter, stimmt, das haben wir noch gar nicht bei Contra stehen. Gut, dass du das erwähnt. Scotty, Alter. Scotty. What the fuck? Nicht mal einmal einen. Alter, Scotty. Hä? Ich bin mal gespannt, ob die nochmal ein Placement buchen im YPC oder dann. Ich bin mal gespannt, wo YPC wäre, Alter. Bin ich mal gespannt. Dann, äh, Scotty Grill. Ihr braucht mir nicht ankommen. Ich gucke mir jetzt nach Konkurrenzfirmen um. Ja. Fennec. Fennec. Fennec Grill, ja. Nein, aber Spaß beiseite. Aber dieses Sponsoren hauen jetzt auch, wenn, ich glaube, die hauen jetzt keine sechsstelligen Beträge raus oder so. Das heißt, du musst da auch schon ein bisschen, ein bisschen Geld reinwirtschaften. Und wir machen natürlich auch viel mit den Fans, mit den Shops und so. Viele jammern ja immer, dass das Hecht und Barsch so teuer ist. Ja, man zahlt der OVP. Aber dafür kriegt man auch ein YPC. Also, man muss auch sehen, was diese Firma macht und was sie investiert. Ist Hecht und Barsch teuer vom Shop, ja? Ja. Echt? Also, auch wenn sie Angebote haben, kannst du es natürlich günstiger finden. Aber ganz ehrlich, wer Krisch mal in meinem Stream kennengelernt hat, das sind auch die Mitarbeiter, die dich beraten und so weiter. Ich bestelle 90 Prozent der Sachen bei Hecht und Barsch. Ja, ich auch. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass es da teuer ist. Wenn du suchst über irgendwelche Idealos und sowas, findest du immer irgendwas. Ein Zehner günstiger. Aber ganz ehrlich, ein Zehner günstiger macht für mich kein YPC. Ich kaufe gerne einen. Und auch nach der Kritik, letzte Woche habe ich immer noch mein Kundenkonto. Das ist nicht gelöscht worden. Also, von dem her wird auch 2023 was da eingekauft. Nein, und das ist halt das, wo ich echt fasziniert bin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir es am Anfang sagen. Wir lieben das Format und schätzen das auch wert. Aber hätte niemand Kritik die letzten sechs Jahre oder wie lange es jetzt YPC gibt, gemacht, wenn sie immer noch mit ihren GoPros am Holland die kompletten Standorte linken. Sondern wir haben ja auch gelernt, der erste YPC, da haben sie noch nichts irgendwie drauf geachtet. Keine Ortsschilder und sowas zu filmen und sowas. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt Zeit habt. Jetzt hast du natürlich wieder die Spotgeier wieder angehauen. Die ziehen sich jetzt die alten YPCs rein und kloppen da jetzt die Fische ab. Alter, Junge, ich sag's dir. Ich glaube, in sechs Jahren ist da so viel Wasser weggegangen in Holland. Das ist jetzt ein Strandbad wahrscheinlich da, wo es ist. Aber schaut euch wirklich mal, wenn ihr mal sehen wollt und sagt, ach, der Teufel dreht doch scheiße. Guckt mal im Hecht-und-Barsch-Kanal mal ganz unten die ersten Videos. Wo sie mit ihren... Oh, du bist stark, Alter. Heute, kurzer Grad, törgelt dann kurze technische Probleme. Wir waren bei dem letzten Satz, wo du gesagt hast, wo sie mit ihren... Billigen Booten. Mit ihren wirklichen Alu-Booten, wo unser Eins auch sich leisten könnte. Wo sie da rüberfahren und noch paddelt. Ich glaube, die hatten nicht mal Elektromotor an ihren Dingern. Das ist so wie fünf Jahre her. Ja, also was die in den letzten fünf Jahren geschaffen haben, auch mit YPC, ist einfach heftig. Und deswegen, das war vorangeschritten von uns. Wir lieben das Format, sonst würden wir es nicht machen. Ja, true. Ich glaube, wenn IC reicht, wird er mehr mit Gossip YouTube verdienen, als mit ordentlichen Sachen. Das heißt... So ein altes Carsten-Zack-Zitat mal reinbringen. Nein, also das ist halt wichtig. Ich glaube, du machst das aus Leidenschaft. IC dreht schon wieder durch. Ja, ja, ist ja Fakt. Ist doch so. Ist ja Fakt. Auf jeden Fall mache ich das aus Leidenschaft. Allein, weil ich das ganze Format liebe. Es ist ja so. Aber genau so liebt ihr auch. Voll viele sagen ja auch, dass der Talk mittlerweile zum YPC dazugehört. Und das ist ja was Krasses auf jeden Fall, wie ihr das Ganze auch annehmt und ihr den YPC ja auch liebt. Und unsere Meinung dazu auch und eure Meinung in diesem Austausch auch da ist. Und Hecht und Barsch ist ja auch in den Kommentaren. Die beantworten ja auch Sachen und sowas alles. Und die sehen ja auch, dass die Meinung, und da sieht man auch, dass die Meinung des Zuschauers absolut wichtig ist und zählt. Deswegen machen wir dieses Video, das Fazit-Video, was kann man verbessern. Und jetzt haben wir ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die größte Verbesserungsmöglichkeit ist, glaube ich, was wir von Folge 1 an kritisiert haben. Besonders MC Turkelton hier ist das Thumbnail. Das Spoiler-Nail sozusagen. Ich nenne es Spoiler-Nail einfach nur. Ich verstehe es nicht. Das ist eines der Sachen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also auch diese Diskussion. Ja, es wäre so aufwendig. Es ist überhaupt nicht aufwendig, eine Maske über ein Photoshop-Bild zu machen und dann schwarz zum Randen. Vor allen Dingen, wir hatten ein richtig gutes Thumbnail. Hatten wir ja. 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 Also wie gesagt, den Fisch kann man ja gerne zeigen. Man kann auch die Solette zeigen. Wenn man sich dann wirklich das Ding auf HD anguckt, sehe ich auch, ob es Enrico oder Patrick ist, weil du erkennst es in den Körperformen, wie jemand dasteht. Du kennst es ja die Leute aus. Ja. Du kennst es ja auch dasein. Aber ich bin halt so jemand, ich weiß nicht, wie ihr YouTube macht. Ich gehe auf YouTube.com und dann werden mir halt so meine favorisierten Videos angezeigt. Und Oh Wunder ist auf dem ersten Platz immer Hecht und Barsch. Komisch. Woher hat das wohl kommen? Weil wir wahrscheinlich alles angucken. Und dann siehst du schon irgendwie Patrick mit seinem Zander und denkst so, er leckt mich doch. Weil er ist wahrscheinlich noch im Cut davor und wie hat Patrick seinen Zander fangen, mit dem er die Aufholjagd dann beginnt. Und dann siehst du noch so. Ja, und da macht Hecht und Barsch was ganz Schlimmes, was ich im Fernsehen hasse. Wo ich immer skippe. Es gibt, ich glaube, bei Rosinens Restaurants zum Beispiel ist das so. Du siehst immer diese Folge und dann siehst du so, irgendeine, oder Jamie, oder John Ramsey, du siehst immer so das Schlimmste in der Folge. So die 10 Sekunden siehst du in der Folge so. Okay, er schreit sie irgendwann einfach sinnlos an. Okay, kack. Ich will es nicht wissen. Sonst macht doch gleich einen Zusammenschnitt. Da macht ein 5-Minuten-Video, Hecht und Barsch. Da macht ein 5-Minuten-Video. Das waren die Fische des heutigen Tages. Und da sparen wir uns alle eineinhalb Stunden. Aber was ich halt besser finden würde, wenn ihr unbedingt einen Fisch auf dem Thumbnail haben wollt, dann macht doch den ersten Fisch des Tages. Naja. Dann macht doch wirklich immer den ersten Fisch des Tages. Vielleicht ist es dann mal der voll krasse Fisch oder so. Aber für mich war das meistens so, dass ich gesehen habe, so, keine Ahnung, oder, 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 oder Eule. Irgendjemand hat dann irgendeinen geilen Fisch gehabt. Und du siehst, Eule fängt einen Fisch, fängt noch einen Fisch. Und der ist das immer noch nicht. Und dann doch. Und dann siehst du so, im hinteren Drittel fängt er einen Fisch und ist dann dumm. Weil dann, 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 du weißt, dass er noch ein Zander fängt. Du hast es ja auf dem Titelbild gesehen. Du weißt, da kommt noch was, da kommt noch was. Und wenn dann so ein knappes Rennen ist und so. Und dann zum Beispiel fehlt der Barsch oder so. Und dann, ah, okay, da kommt ja noch ein Barsch. Deswegen, macht den, wenn ihr sagt, nee, Tim, das verkauft sich. Ich habe dir bestimmt auch, ich wette, wenn du Toni fragen würdest, würde Toni sagen, ja, Tim, die Klickzahlen sind aber da vielleicht in der ersten Stunde viel größer, wenn da ein großer Fisch ist, keine Ahnung. Verstehe ich, ihr müsst Geld damit verdienen. Aber dann macht halt einfach den ersten Fisch. Weil ich glaube, die Leute klicken, weil, klicken auch so auch nach dem Barsch. Wenn es dann halt der erste Maße gefischt ist. Es war auch der erste Maße gefischt, als Subnail von mir aus. Aber mich hat es sehr genervt, muss ich sagen, diese Weipissi. Und habe ja oft auch Folgen verdorben. Weil wirklich, oder der, was war es, der fette Hecht oder der fette Zander von Big L oder so. Da waren schon viele dabei, wo ich sage, oh, kack, jetzt habe ich es gesehen. Das verstehe ich nicht, warum man es macht. Und da hoffe ich, dass sie nächstes Jahr einfach entweder die Toilette machen. Oder wenn sie sagen, nee, das verkauft sich nur, wenn das denn Schöne vorne drauf ist. Dann macht er den ersten Fisch des Tages von Dustin. Das glaube ich nicht, Alter. Ich glaube auch irgendwie, klar, man sagt, es klickt besser. Aber ich glaube, YPC hat mittlerweile so eine krasse Reichweite und so ein krasses Statement. Dass es kein Clickbait im Sinne des Thumbnails mehr braucht. Sondern der Titel reicht. Sag ich einfach mal. Und deswegen glaube ich nicht, dass... Da könnte man auch einfach nur die Gesichter der Teilnehmer posten. Oder die Angler, die am meisten im Rampenlicht stehen. Oder wenn es so ein knappes Duell gibt, sozusagen, in der Folge. Zwischen denen und denen könnte man die beiden Personen einfach auf das Thumbnail packen. Ich glaube, das wird reichen. Ich glaube, das wird vollkommen reichen. Fanfinger, jedenfalls gut. Oder zeigt die Angler im Drill. Das geht ja auch. Nicht mal ein Fisch zeigen, sondern bam, eine stramme Route mit dem Angler ist auch schon top, Alter. Ja. Auf jeden Fall. Oder wenn man sich halt extra Aufwand machen will, dann lasst die Fans einfach ein neutrales Bild machen, ohne Fisch. Und wenn man dann sagt, okay, nach dem ersten Tag mache ich dann das mit dem Bait-Fisch sozusagen drauf, dass die Leute anlocken zum Klicken. Weil ich glaube, die größten Fans schauen sich das in den ersten 24 Stunden an. Ich glaube, danach passiert nicht mehr viel, dass da irgendwie massiv dann irgendwie noch was kommt. Und so, ich glaube, die Fans schauen sich die ersten Minuten an. Ja, auf jeden Fall. Die ersten 24 Stunden sind doch immer wichtig, auf jeden Fall. 48 Stunden geht auch noch klar, aber dann wird es ja rapide weniger, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Dann gibt es zwei Dinge, auf jeden Fall, die wir noch haben, die sich aber auch schon länger die YPCs durchziehen. Das wäre einmal die Abhackmatte und einmal das Kescher-Problem. Das zieht sich ja schon länger. Kescher-Problem haben wir zum Beispiel, auf jeden Fall schon die Regelung, dass man nicht mehr rausheben soll, den Fisch. Und weil vorher gab es ja noch ein viel wilderes Kescher-Problem als jetzt. Also es wurde schon daran gearbeitet. Das ist auch ein geiles Wortspiel. Das Wildere. Wow, dicker Alter, dicker. Vielleicht sehen wir Veit ja wieder in den nächsten Jahren, weil er hat ja seine Pause eigentlich nur für 2022 gehabt. Und so, wie wir Dietmar-Isaya-Spieler sehen in 2023, kann ja vielleicht auch sein, dass wir Veit beim Bank wieder sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich mag ihn sehr. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er auch immer sehr umstritten ist, aber Veitsarroganz finde ich vollkommen okay. Wer fängt, kann es auch sagen. Man muss ja nicht immer sagen, oh my god, hoffentlich, sondern Veitsarroganz von sich überzeugt finden. Das ist super. Der weiße Geist. Der weiß, was er tut. Und da hatten wir zum Beispiel die Idee, dass einfach nicht, dass der Anglatser immer noch Kescher hat, aber dass der Kescher, wenn er weiter weg ist oder sonst irgendwas, durch die Begleitperson, die ja kein Zwang ist, die man optional mitnehmen kann, angereicht werden könnte, sollte, dürfte gedacht. Also nicht irgendwie Keschern, sondern... Ausgefahren, geprüft, funktioniert alles, das Netz richtig rum raus und einfach in die offene Handfläche gibt. Genau. Das war's. Das macht er. Und ganz ehrlich, wer keinen Zusatztyp mitnimmt, ist halt selber schuld. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt dann so. Oder wenn jemand sagt, nee, ich mach das selber, okay, aber ich fände es besser. Wir haben so oft das gesehen, dass das nicht geklappt hat. Und vor allem, ich würde auch verlangen, dass sie mehrere Kescher mitführen müssen. Das heißt, wenn sie an eine Brücke gehen, Spundwarnkescher, Teleskopkescher oder irgendwas anderes. Aber du brauchst, das kann man, glaube ich, von Profianglern verlangen, die da gesponsert hingehen. Ich glaube, da wird es nicht an drei Keschern irgendwo hängen. Ich glaube, die Firma Foxrage oder Co. gibt da gerne munter Kescher an alle Angler aus, die man zehnmal in die Kamera hält. Ich glaube, dass du die Kescherhersteller schon davon überzeugst, die zu sponsern. Also ich glaube, da gibt es genug, die sagen, ja klar, mach mal hier. Deine Firma hat keinen Kescher, hier kriegst du einen. Und dass einfach drei Kescher einfach dazugehören. Das hat ein Spundwarnkescher, ein Teleskopkescher und so ein normaler Kescher, wie wir ihn halt auch nutzen, so 1,80 Meter Kescher halt. Ja. Und halt aufhören mit diesen Schmetterlings- und Kinderkeschern, die wir auch bei vielen gesehen haben. Ich kann mich erinnern, letztes Mal bei Laundrie, wo ich mir gemeint habe, hat er jetzt irgendwie versucht, die Guppis aus dem Aquarium zu fischen? Oder was will er da machen? Oder hat er da was, was ich den, war doch ein Neuzger Zander oder was, der fast den Rückgrat durchgebrochen hätte, ja. Der da so drin sagt, so pfff. Ja. Vielleicht einfach nicht so Aquariumkescher nutzen, sondern so einen richtig schönen Hechtkescher. Das war jetzt im Finale, als er nicht auf große Zander eingestellt war. Apropos Laundrie, Fish Explorer, wir haben ein Doppel-Giveaway am Ende der Folge. Und Fish Explorer auch noch in Talk, wahrscheinlich in die Folge, kommt dann am Donnerstag. Da reden wir auch nochmal über den YPC. Du hast eine kleine Nebenwerbung. Eine kleine Nebenwerbung. Abagmat, das ist dein Thema. Du hast es angeregt am meisten. Und das ist absolut dein Thema. Überlasse ich dir. Komplett. Ja. Also wie gesagt, die Leute können es ja schon gar nicht mehr hören, ich weiß. Aber ich bin einfach der Meinung, dass wenn man Street fischt, also ich bin nicht um irgendwie Ton, der irgendwie im hohen Gras, im nassen hohen Gras fischt, der braucht von mir aus keine Abhackmatte mitschleppen. Aber spätestens, wenn du zum Streetfischen gehst, finde ich, muss es im Regelwerk verankert sein, dass du eine Abhackmatte hast. Und lass mir scheißegal, ob die von ZEG, von FoxPro, es gibt alles FoxRage, nicht FoxPro, FoxRage, gibt, ich habe auch schon, wir haben es auch Leute schon verlinkt. Und wie ich habe letztes Mal eine von Angelberger gesehen für 15 Euro. Die ist sogar super, weil die hat noch so ein Hütchen raus, da kannst du auch noch hinknien drauf und so. Also, es gibt einiges, also nicht nur ZEG, weil die Leute auch immer sagen, ZEG ist hier immer Support bei Tim. Ja, ich finde die auch am besten, wenn man sie da reinhaken kann. Aber die gibt es von mehreren Marken. Hecht und Barsch können auch eine rausbringen. Und da geht es mir gar nicht darum, dass man die als Scale nutzen kann, kann man ja auch bei vielen, sondern du legst einmal das YPC-Maßband auf das feuchte Ding. Du hast dann so viel Platz. Es ist einfach. Du machst es nass, das Ding bleibt auch nass. Weil viele angeschrieben haben, Tim, was soll ich mal machen? Das bleibt mir nass. Doch. Die tust du ins Wasser reindrücken, die saugt sich komplett voll. An den meisten Rucksäcken kannst du es hinten dranhängen. Das heißt, es tropft halt den Angler hinterher, aber es tropft sich irgendwie auf die Hose oder so. Dann haben die ein dauerfeuchtes Ablageinstrument, wo sie alles drauf machen können. Es macht einfach Sinn. Ich weiß, die Angler können das auch. Wir haben auch gesehen, wie es Leute geschafft haben, den nicht quer über den Asphalt zu ziehen, sondern einfach über die Abhackmatte dann rauszuhängen und so. Alles gut. Aber, und das ist mir wichtig, das ist ein Vorbildformat. Der YPC ist kein Format für Leute, die profimäßig angeln oder die erfahren im Angelei sind, sondern das ist erstmal was, um junge Leute wahrscheinlich ranzuführen. Ich glaube, junge Leute stehen da drauf. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe der YPC hat. Ich gehe davon aus, es sind Anfänger. Es sind Leute, die neu zum Angeln kommen. So ging es zumindest mir. Ich bin so zum YPC gekommen. Und da muss man einfach gucken, dass man überall das Bestmögliche zeigt. Ihr müsst euch überlegen, wie viele Leute dieses Format gucken. Und wie viele Leute dann sagen, wenn sie jemanden sehen, der über den Asphalt spielt, guck, so sind die Angler. So sind sie. So sind sie. Und deswegen finde ich einfach wichtig. Ich weiß, das sind alles Profis. Die können es auch alle. Da wird auch kein Fisch irgendwie zu Schaden gekommen sein. Weil die Leute wissen, was sie tun. Aber das wäre für mich einfach was, was ich machen würde. Ähnlich, was ich noch machen würde. Ich habe es heute wieder beim Fishing Impossible Video von Hector Barsch gesehen. Als Challenge jeder Angler muss eine volle Wildhüte am Abend mitnehmen. Das hat sich in mehreren Turnieren eh schon etabliert. Und es wäre auf jeden Fall interessant, wenn das auch passieren würde. Ja, klar. Ja, weil das ist einfach wichtig. Wir müssen mit solchen Formaten, und das ist arrogant und das wäre ja auch doof. Aber wir müssen mit solchen Formaten immer das Beste von uns zeigen. Das heißt, das müssen Vorbildangler sein, die den Müll wegtreiben. Was jemand sagen kann wie ich, guck mal, so sind Angler. Kacke ist natürlich, wenn dein Spot sauber ist. Ich glaube, in Holland findet man Müll. Ich glaube, wenn ich so oft das mal Panty gucke und so und Bravestar, da liegt schon genug Müll rum. Also so ist es nicht. Und wenn man keinen Müll mehr findet, dann hat man, glaube ich, das auch dann richtig gemacht. Aber ich glaube, sie würden eine kleine Mülltüte voll hinkriegen. Also das glaube ich. Und das wäre schön und das wäre so eine Vorbildfunktion, die ich mir mehr wünschen würde in den kommenden Turnieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Idee. Auf jeden Fall zur Berechnung. Ansonsten als bestes Beispiel schaut euch einfach das Verhalten von Ton an. Ton hat das alles hingekriegt mit weitgerechtes Verhalten beim Abhaken von den Fischen etc. Wie man dann den Rees vorbereitet. Wie man ordentlich mit den Fischen umgeht und sowas alles tun. Und einfach durchgehend gut mit dem Fisch umgegangen. Wirklich. Einfach spitze. Muss man einfach sagen. Da kann man sich einfach ein Beispiel dran nehmen, wie wichtig es ist, da noch einmal die Scale auch als Abhackmatte zu benutzen. Die Scale nass zu haben. Und selbst wenn du nur den Cash auf die Scale legst etc. Wie ist das? Wobei, so nasser Scale muss ich sagen, das haben echt viele gemacht. Also das war in den letzten Jahren anders. Dieses Jahr. Ich hoffe auch, dass die Kameramänner wirklich darauf geachtet haben. Und zu sagen, komm, jetzt sind wir mit einer Wasserflasche. Schüpp mal ein bisschen drüber. Aber es ist mir sehr positiv aufgefallen, dass sie das dieses Jahr viel, viel besser gemacht haben als letztes Jahr. Da hatte ich ja die Kritik an Big L, weil es da wirklich so aussieht, würde Biggie seinen Barsch, den großen in der Anfangszeit, auf eine trockene Scale legen. Und da hatte ich ja noch das Gespräch. Da kommt man bestimmt noch zu, wenn ich Biggie im Talk habe. Aber da haben wir gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt Sam Westworld geguckt haben, wenn sowas durch Cuts oder sowas nicht einsehbar ist, dass man dann so Infoboxen einbaut. Muss man jetzt nicht bei jedem Krams machen, aber einfach, man muss es dann nicht immer reingeschnitten haben. Aber wenn zum Beispiel dann sowas passiert, wie wenn es passiert, dass man so eine Infobox hat, einfach für den Anfänger auch unter den Anglern, dass es wichtig ist, hey, für die Schleimhaut der Fische oder sowas. Oder wie zum Beispiel bei dem Schnurrbruch von Landry, dass man da sagt, dass hier nicht das Vorfach gerissen ist, sondern das war ein Schnurrbruch und dass es deswegen keine Minuspunkte gibt, weil es sonst Diskussionen gibt etc. Und so kann man wirklich viel Unmut in den Kommentaren verhindern, erstmal vorbeugen und man kann noch informativ einwirken und sozusagen den Leereffekt noch weiter ausbauen. Den ein YPC mit seiner Reichweite auf jeden Fall gibt. Und man kann es natürlich auch ein bisschen für Werbung nutzen, das heißt, warum nicht oft mal zeigen, welche Angel die gerade benutzen, was passiert und so, fände ich gut. Ja, auf jeden Fall, ey, gute Idee. Weil dann lohnt es sich auch, weil das ist natürlich wieder ein Punkt, wo natürlich auch Tony sagen wird, ja, Jungs, das kostet Geld. Man könnte es aber gut wieder gegenrechnen, wenn man einfach öfters mal zeigt, hey, übrigens, das ist jetzt irgendwie der Bleakshed im Blar, hier in der Farbe, findet ihr bei Hecht und Barsch. Guck mal, überruten. Das ist eine saugute Idee, überruten und so wird ja immer wenig gesprochen, relativ wenig. Und stell dir vor, du kommst auf so einen Angler, den du in der Folge jetzt noch nicht gesehen hast und da kommt einfach so eine kleine Infobox, wo dann draufsteht, sagst du mal, jetzt Patrick Marable fischt Terminator von Fox Rage oder fischt gerade die neue LMAB The Rodfather oder sowas steht dabei. Patrick Marable, Rodfather oder alter so und so fischt die Rodfather mit der Rolle und sagt, ey, das, ja, gute Idee, Digga, gute Idee. Würde zumindest das refinanzieren, vermutlich, was es kostet, jemand reinsteigen zu lassen mit irgendwelchen Infokästen. Wäre von mir einfach eine Idee, wo wir sagen könnten, passt. Ist auf jeden Fall ein Stück mit mehr Arbeit, aber wird sich, glaube ich, wirklich refinanzieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe hier noch, du hattest noch was zur Gruppenzusammensetzung? Ja, genau. Das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt ewig her. Ja, ich glaube, über ein Jahr schon wieder kommt bald wahrscheinlich die nächste Auslosung. Dies Jahr war es ja so, dass sie viele nicht zusammenmischen konnten, weil, und da muss man jetzt ein bisschen Hintergrundwissen haben, ich glaube, da hat alles den besseren Weg. Es gibt irgendwie so drei, vier große Angelfirmen, hinter denen, sage ich mal, 90 Prozent der Marken stehen. Also, ich weiß nicht, Purefishing, glaube ich, ist eine davon. Genau. Ich möchte jetzt nicht mit irgendeiner... Purefishing, Rapala von C gehört zum Beispiel auch dazu. Ja, ja. Genau. Jetzt könnte man den großen Vergleich machen mit einer Firma, die keiner mag. Das machen wir jetzt nicht, weil ich kenne Purefishing dafür nicht. Gut genug, um sie mit irgendeiner Lebensmittelmarke zu vergleichen, die die Brunnen in Afrika kauft. Ich glaube, das wäre jetzt ein dummer Vergleich, aber so ungefähr kann man es sich vorstellen. Das ist einfach diesen Firmen, den alle Angelmarken mehr oder weniger gehören. Jetzt. Gut gerettet, oder? Ja, aber war nicht schlecht. Grüße raus an Ankerkraut. Ja, genau das. Genau. Nein, die sind natürlich jetzt... Die machen jetzt nicht irgendwie große schlimme Sachen, sondern es ist einfach ein Verbund, dass man gesagt hat, es hat halt viele kleine Köder-Marken gegeben, die einfach aufgekauft werden. Tagtägliches Geschäft. Ja. Jetzt war es so bei der Auslösung, man musste hier aufpassen, dass es nicht zum Beispiel zwei Firmen, die zu Purefishing gehören, in der Vorrunde drin sind. Das habe ich irgendwo nachvollziehen können, wobei es ja am Endeffekt egal war, weil sie ja am Schluss ja sowieso zusammen machen. Also, mal als Beispiel, ohne jetzt Purefishing zu nennen, LMAB, da ist Daniel und da ist Enrico. Die sind beide für LMAB, die dürfen nicht in einer Gruppe zusammenfischen. Und ich sage halt immer, warum? Also, wenn sich die Angelfirmen absprechen, dann können sie es aber auch im Viertelfinale und Halbfinale machen. Also, ich fände es schöner, wir haben es im Vorgespräch gehabt, das ist wie, und jetzt kommt, schöne Grüße an unsere lieben Fußballfreunde, ne? Wenn wir bei der Champions League machen, dass sie einfach alle im Ding drin sind. Dass man vielleicht auch sagt, ja, dass man auch guckt, dass die Spielstärken zusammenpassen. Das heißt, so jemand wie Dustin ist vielleicht dann in einem anderen Topf drin und muss dann zugeregelt werden. Ich fände es schöner, wenn jede Variation möglich wäre. Das fände ich schöner. Weil so war halt ganz viel so, jetzt können wir den nicht ziehen, weil der gehört zur Purefishing, der ist dann in Gruppe D und so. Also, ich hätte es cooler gefunden, wenn man einfach sagt, ist egal. Soll doch Danny in der Vorrunde sich gegenseitig rausgehen. Das ist vielleicht auch interessant, wenn du so zwei Firmen, die von gleich mal einfach sich gegeneinander auch battlen, weißt du? Aber du sagst ja, das soll gleich sein, denn das aber auch nicht nach Stärken sortieren, sozusagen, weil das ist ja auch wieder objektiv, weil der sagt dann wieder, okay, der ist jetzt stärker als der, das kannst du nicht machen. Wenn, dann musst du es so DFB-Pokal-mäßig machen. Alle einfach in einen Topf und dann gib ihm einfach. Alle reinlosen, ne? Oder so, genau. Aber wie gesagt, fände ich schöner, weil wie gesagt, am Ende war es ja völlig egal. Was machen wir jetzt, wenn im Finale zwei Purefishing stehen? Ja, dann ist das halt schön. Dann kann ja Purefishing auch sagen, ja, dann soll aber der andere gewinnen. Also, so wird es ja nicht laufen. Ganz ehrlich, es geht immer noch und das ist mir ganz wichtig, es geht ja ums Sponsorturnier. Wir haben es ja schon in vielen Folgen gesagt, es geht am Endeffekt nicht um den Pokal. Man hat es doch jetzt im Finale gesehen, habt ihr irgendwie von den Füren irgendjemanden für schlecht befunden? War da irgendjemand, wo ihr gesagt habt, boah, der konnte gar nicht fischen? Die haben alle A-Game gespielt, die haben alle super gespielt. Am Ende, auch wenn es mich selber aufgeregt hat, war es doch egal, wer den Pokal gewinnt. Es war völlig egal, die hatten alle vier gewonnen, es waren alle ausgezeichnete Angler, die gezeigt haben, wie geil sie einen neuen Spot erarbeiten können. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann hatten wir noch so Punkte wie zum Beispiel, wieder lieber in die Duelle rein, vom Finale zum Beispiel, oder auch direkt nach der Gruppenphase wieder in die Duelle, weil Duelle halt ultra spannend sind und man hat nicht dieses Gefühl von, dass Folge 2 und 3 einer Gruppe Fillerfolgen sind, häufig. Und Duelle ist halt, ich weiß noch, wo sie da auf dem Boot standen und gegeneinander gefischt haben. Ich meine das jetzt nur, aber auch die, wo die dann am Land waren und wir hatten den Terrier aus Bayern am Start und all so Krab. Das war geil, Alter, das ist doch richtig geil, auch mit der Spot-Auswahl etc. Ich fand das wirklich cool. Also dieses Duell-Ding, ich wünsche es mir wirklich wieder. Ist natürlich eine Entscheidung von Hecht und Barsch, was sie da machen. Ähm, sowieso, klar, ist das eine Entscheidung, wenn ich noch mal nicht meine. Ähm, und, ähm, aber dieses Duell-Ding hat mir immer sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, klar, letztes Jahr hat Dustin, also das war, dann hat er einen Fisch gefangen. Wieder Spot-Wechsel. Ja. Das hat, dir sagt man vielleicht, ach Tim, aber ich finde es mit vier anderen geiler. Ist vollkommen legitim, wie gesagt, es ist nur unsere Meinung. Aber ich fand zum Beispiel, das Finale wäre cooler gewesen im One-on-One. Weil wir hatten ja so das. Genau, also auch an der Location und so, wäre das geil gewesen, wenn die auch nicht voneinander weggegangen wären. Stell dir mal vor, die wären beide an dem Thunder-Spot gewesen. Und einer hätte wieder einen Zentimeter mehr, der andere wieder einen Zentimeter. Ist halt, bin ich halt Fan von. Ich bin halt Fan von direkten Duellen. Ich glaube, das wäre wirklich geil gewesen. Stell dir mal vor, Big L und Tony, äh, und Tony Othon, die beiden nebeneinander an dem einen Spot und klappen sich einen Fisch nach dem Nix, nur einer ein Zentimeter mehr. Ja, und du hörst den einen schreien vor Freude und den anderen, Alter, das kann nicht sein, Alter, und der kriegt den anderen Druck wieder. Ja, das ist ja geil gewesen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und dann kommt was Positives. Und dann hätte Tony kommen können. Und da muss ich ein ganz besonderes Lob machen. Bitte macht wieder Moderation immer. Das war so geil, wie er einerseits Patrick so aufgebaut hat an dem einen Tag, wo nichts ging. Aber auch immer so ein bisschen, so ein bisschen der Arsch war. Ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Willst du euch mal den Spot wechseln? Oder was? Das war so unterschwellig gemein. Sowas mag ich ja, ne? Den Angler in Unruhe bringen. Das fände ich super. Und dann wirklich, Tony, ich möchte dann bitte auch, ich würde mir wünschen, wenn dann der eine den Zentimeter mehr fängt, ist es auch den anderen schön um die Nase zu reichen. Ist es eigentlich für dich ein Problem, dass du jetzt einen Zentimeter größer und dann mit einem halben Punkt vorne bist, Ton? Und so das verzweifelt in Gesicht, wie die Psyche in sich zusammenbricht. Genau das ist es. Ja, das wäre cool. Und ich finde, Tony hat einen richtig geilen Job gemacht, weil er einerseits ein bisschen fies war, aber einerseits auch super nett. So Patrick, der ja wirklich, wo er schon so, naja, geh mir jetzt hin oder schlägt der mich mit der Angelroute. Also da fand ich, das macht auch Tony gut. Und ich finde ja auch gut, das hat der Tony mal bei der Ausbildung gesagt, er will nicht mitangeln, weil er einfach Tony angeln so nicht mag. Aber Tony kann sowas sehr gut. Ich bin der Meinung, dass er sich viel zu oft hinter der Kamera verhält, finde ich super. Mir hat es wirklich gefallen, wie er das gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie endlich wieder Moderation bringen. Ganz früher, die Jungen möchten, die Alpen möchten sich erinnern, war ja noch Strammeleiner sie was dabei. Da waren es ja zwei Moderationstiefs. Ich fände das super, weil, wie gesagt, das ist, ja, einfach spannend, auch so ein bisschen auch mal den Angler kurz rauszubringen. Und da hatten wir im Vorgespräch schon eine Idee, wenn man sagt, ja, jetzt bringe ich doch den Angler da nicht raus. Die Begleitperson, ich würde auch die Begleitperson viel mehr in den Vordergrund rücken. Wenn er das möchte, ja. Da muss halt jemand mitnehmen, der es möchte. Dann würde es sogar so weit gehen, da musst du halt jemanden mitnehmen, der Bock hat. Bei ZEG gäbe es genug Leute, stell dir mal vor, Kars wäre dabei gewesen. Ja, oder Chris Anders, der hätte ja auch Bock. Der fischt ja jetzt auch nächstes Jahr mit. Deswegen, der fischt ja mit Deule. Deswegen, er ist ja, Chris wäre da super gewesen, ne, oder je nachdem. Oder Janne Owens bei Quantum, ne, easy, hätte er auch gerne. Der war ja kurz noch mal dabei, wo er sein, was hat er bekommen, sein Waifu oder so? Irgendwie, ich weiß nicht mehr. Ja, das Coole wäre halt auch, du musst halt den Angler nicht immer nerven mit, wie geht's gerade. Und dann könnt ihr auch ein bisschen erzählen, was passiert. Du wirst einfach mehr Insights kriegen. Und ich kann immer nur wieder Sam vs. Wild empfehlen mit dem Behind-the-Scenes. Das wertet so auf. Und wenn man sich jetzt kein Behind-the-Scenes leisten möchte, weil es einfach auch eine Kostenfrage ist, wer das so ein bisschen Behind-the-Scenes erklärt, warum sind wir gerade an dem Spot, was planen wir, warum, der könnte auch einen Tackle-Check vorstellen, das heißt, was angelt er gerade, was ist da gerade. Also, ich fände das schön, weil ich hatte ja, und das war ja vielmeckerei bei mir, mir war der WIPC dieses Jahr zu lange. Also, von den Folgen dauern hat es sich für mich ganz oft herausgezögert. Und natürlich auch eine massive Anzahl der Folgen auch. Ich habe es zu IC gesagt, wir haben im September gestartet bis Ende des Jahres. Das sind drei Monate. Und da musst du ja auch sozusagen den Peak hochhalten und musst spannend bleiben und so. Und das ist schon schwierig bei der Länge. Deswegen, ich wünsche mir kürzere Folgen oder eben gleich lange Folgen, die mir angereichert sind. Weil du musst ja auch nicht über die Person zeigen. Der kann ja auch über die Panoramabilder, die wir gesehen haben, die wahnsinnig wichtig waren, auch für die Production Value, der kann auch einfach drüber reden. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, man kann ja einiges machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo Tackle und ich uns auf jeden Fall nicht einig sind, weil ich habe es ja gemocht. Jeden Sonntag hätte es für mich auch noch länger sein können. Hätte es dann im April anfangen können. Weil YPC Bank einfach mein absolutes Lieblingsformat ist. Und ja, also, mir wäre es egal gewesen. 45 Minuten wäre für mich auch noch cool. Weniger sollte es nicht sein, weil man wartet dann auf jeden Fall eine Woche lang auf neue Folge. Und wenn es dann so eine 30-Minuten-Folge wäre, wäre es schon zu kurz, auf jeden Fall. Es wäre ja irgendwie so ein normales YouTube-Angel-Video gefühlt. Ja, aber sonst war es für mich eigentlich ganz gut. Ich habe ja auch nicht immer jede Folge als Filler-Folge gefunden. Ich glaube, nur eine einzige Folge habe ich als relativ langweilig empfunden. Das habe ich dann noch im Talk gesagt. Habt ihr mich auch direkt für zerrissen? Das Törkel ist das Part zum Meckern. Aber ansonsten, ich fand es, äh, sonst fand ich das alles soweit okay. Na, auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von der Länge her. Auf jeden Fall, von der Länge her. Nächstes Mal können wir Anfang September anfangen. August. Du hast doch noch Boat wahrscheinlich, oder? Ja, direkt nach Boat, Alter. Die gehen vom Boot und die gehen direkt im Bank-Turnierfisch schon, Alter. Die fahren einfach zum ersten Spot gleich mit Boot hin. Und dann fährt Felix weg und lässt Dustin einfach stehen. Geil, Mann, Alter. Geil. Ein großer Kritikpunkt von euch in der Community war auf jeden Fall immer, dass viele den gleichen Spot gefischt haben. Aber das sehen wir sogar als Vorteil. Das sehen wir sogar als gut. Denn so kann man auf jeden Fall sehen, wie die verschiedenen Angler verschiedene Techniken an den verschiedenen Spots anwenden und wie unterschiedlich erfolgreich die Angler dabei sind. Und wie unterschiedlich erfolgreich die Angler dabei sind. Also eigentlich war das cool. Man musste nur die Strategien richtig analysieren. Und welche Strategien klappen. Und meistens hat es ja sogar so ausgesehen, dass viele Strategien gleich gut klappen, obwohl die anders gefischt worden sind. Und andersrum hat man auch gesehen, wie andere Angler an manchen Spots gar nichts gefangen haben. Aber dafür der Angler davor. Danny als beste Beispiel, der exakt das gleiche gemacht hat wie Patrick, wo er nichts gefangen hat. Also auch das. Und die Frage ist ja auch, wieso, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es letztes Jahr, oder war es dieses Jahr Enrico, der ganz viele neue Spots ausprobieren wollte? Irgendeiner war es, bei dem es überhaupt nicht dann gut geklappt hat. Enrico ist ja noch rausgeflogen, auch letztes Jahr. Aber es macht dann auch einfach keinen Sinn. Es geht dann um Wettkampf. Und warum solltest du dann nicht die besten Spots nehmen? Also wenn ihr jetzt Turnier angeln würdet, würde ich auch sagen, vielleicht sagt ihr, ja, ich will mehr Fun haben. Ich angele da, wo nur tote Fische treiben. Da ist genau mein Spot. Weil wenn ich da was fange, bin ich der Beste. Und sagt ihr auch, nee, eigentlich möchte ich gerne das Turnier gewinnen. Ich fische da, wo ich weiß, was Fische sind. Also deswegen ist doch ganz klar. Und Holland ist so überangelt. Überangelt, wenn ihr überlegt, wie viele Formate es gibt. Gut, es gibt auch Teams, die angeln nicht in Holland, haben wir festgestellt. Aber die meisten Teams angeln ja durchaus in Holland. Oh Gott, Alter. Team Nachpalm ist wieder da. Nein, aber die meisten angeln halt in Holland. Und Holland ist halt einfach komplett im Eimer. Also gefühlt an jeder Buhne 30 Angler. Und ganz vorne Panty. Aber das ist halt, wo willst du sonst angeln? Die schauen sich halt auch die Spots an. Die haben ihre Leute, die sagen, hey, da braucht man Fisch. Und das Problem ist ja auch, die brauchen ja nicht irgendwie so einen Fisch, den ich fange. So irgendwie so ein 50er Hecht. Sondern die brauchen ja Meterhecht. Das heißt, die finden die auch nicht überall. Und es gibt, ich vermute, ich habe keine Ahnung von Holland angeln. Aber ich vermute einfach, dass es da einfach Hotspots gibt. Und dann die angeln mal. Und das wissen die. Und deswegen sind sie da. Und Holland ist auch nicht so riesig. Man muss sich mal überlegen, wie groß Holland ist und wie groß Deutschland ist. Und dass es da irgendwie Hotspots gibt oder so, wo Leute sagen, ja, da geht's. Ja, was sollen sie machen? Also es ist halt, mich hat sowieso schon dieses Jahr verwundert, wie wenig die sich getroffen haben. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und man sieht ja, wie schlimm das war im Finale. Da waren die ja wirklich, da waren die richtigen Spotgeile, die geguckt haben. Ist der Thunder-Spot frei? Jawohl. Stimmt. Also, aber da gab es dann auch nur drei Seen. Leute, wo sollen die denn hin? Weil da auch gab es ja viel Kritik. Ja. Die Fische waren gleich so. Das waren drei so Plump-Seen, die da waren. Ich habe doch die Seen gesehen. Das war nicht mal so groß wie der Ammersee oder so in Bayern. Das waren kleine, also jetzt nicht so kleine Gewässer wie Ruhigfische, aber es war jetzt nicht riesig. Also ich glaube, da gehst du nicht mit dem Boot drauf. Das sind eher so Belly-Boot-Gewässer, glaube ich, die da sind. Also ich glaube, da wirst du gar nicht mit dem Speedboot durchfahren. Wenn der Dustin startet, ist er schon im Dorf nebendran, wenn er bremst mit seinem Boot. Also es ist einfach schwierig und ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht. Und was sollen sie sonst machen? Ich würde die besten Spots nehmen, mir wäre das scheißegal. Und du, glaube ich, auch. Also wenn es um ein Turnier geht, dann würdest du auch in die Spots fischen, wo du Weißers fischen. Du wirst nicht sagen, wir müssen den Zuschauern mehr zeigen. Ja klar, auf jeden Fall. Ich muss gerade auf Toilette. So, ey, das ist ja Premiere hier, ne? Zwei Katzen in einem Talk hatten wir noch nie. Ich war gerade auf Toilette, ich musste so dringend, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich war nur am rumzappeln hier. Aber meine Blase ist fast geplatzt, Alter. Ohne Witze. So, jetzt sind wir wieder hier. Verbesserung für den Talk nächstes Jahr, du machst es auf dem Klo. Erstmal wieder ein Glas Cola eingießen. Gut, du hast viel daraus gelernt, ja. Warum nicht gleich noch einen Tee eischen? Einen grünen, oder? So einen treibenden, so einen Nierentee, komm, du musst mir den Nierentee einschenken. Ein Turnierentee. Ja. Echt, wir werden heute so gottlos den Kommentaren zerrissen, Heldes. Jetzt machen sie nur noch Klamauk, werden die Reichen. Jetzt machen sie nur noch Klamauk, jetzt nehmen sie überhaupt nichts mehr ernst. Alles, alles. Die zwei von der Tankstelle. Was ich sagen wollte, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also ich habe gerade nochmal, ich bin ehmlich gegangen, in diesen drei Sekunden, wo ich auf Toilette gegangen bin und habe ich auch immer gesagt so, ey, scheiß auf den Spot und scheiß auf den Zuschauer, der nicht will dieses Turnier gewinnen. Na, weil es, wenn du, wenn du nicht den Ehrgeiz hast, ein Turnier zu gewinnen, dann brauchst du auch gar nicht erst teilnehmen. Na, ist einfach, klar, willst du den Zuschauern was zeigen, aber du zeigst ihm dann den Fisch, den du fängst. Und wie du an dem Spot angelst. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl wir gerade beim Angeln waren und wenn du einen Fisch fängst, dann habe ich noch einen Kritikpunkt, der sich über die Zeit jetzt auch nicht geändert hat. Wurde eingeführt mit der Veränderung auf die Kescherregel, dass man keschern muss und beim Rausheben des Fisches eine 10 Minuten Strafzeit bekommt. Und ey, ich muss wirklich sagen, das ist mir einfach noch zu wenig. Ich finde, es sollte Minuspunkte geben fürs Rausheben, tatsächlich. Strafzeit ist einfach, boah, ich weiß nicht, die sitzen da, die 10 Minuten kann viel sein, aber hat sich jetzt in den letzten zwei Staffeln rausgestellt, ist nix. Ja, und es doch ist was. Es ist dann die Pause. Ja, genau, die Pause. Da essen sie dann was. Ja, 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 genau. Okay. Das macht einfach keinen Sinn. Also es sollte in meinen Augen härter bestraft werden. Selbst wenn es Minus 10 Punkte sind. Meinetwegen Minus 10, Minus 20. 20 ist vielleicht... Ich würde es machen wie Schnurrbruch Minus 20 und der Fisch zählt nicht. Ich würde sogar noch so weit gehen, der Fisch zählt nicht. Fisch zählt nicht ist auch krass. Ja. Dann würde es mal einfach lassen. Wir haben Enrico letztes Jahr erlebt, der ist dir scheißegal. Ja. Ich brauche den jetzt, die beißen mir nicht. Und der hat ja auch Sinn und Zweck gehabt. Warum hat er es gemacht? Weil die den nur so spitz gebissen haben. Oder alleine Fisch zählt nicht. Würde auch schon gehen, Alter. Fisch zählt einfach nicht. Ja, meistens sind es... Ja, dann heben sie... Dann wirst du sie einfach alle rausheben, sehen, wenn sie so kleine 20 Zentimeter Fritten tragen. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, klar. Deswegen. Punkte ist das Einzige, was wehtut. Man hat es auch gesehen. Das ist vor allem, es kostet Platzierungen. Wir haben es bei Patrick gesehen. Patrick hat es. Glaube. Vielleicht habe ich gelogen. Ich weiß nicht. Sag das bitte in den Kommentaren. Ich glaube, der hat sogar den Platz 3 verloren. Deswegen, weil er 20 Minuspunkte hat. Das hat uns ja auch die Zuschauer erklärt. Wir haben gefragt, wie gesagt, der nur 50 Punkte. Der hat doch alles gefangen. Ja, minus 20 Punkte hat er gehabt. Durch den Schnurrbruch. Das hat ihn, glaube ich, die Platzierung gekostet. Weil 20 Punkte bei so knappen Rennen, das überlegst du dir dreimal, ob du das machst. Patrick ist aber dritter geworden am Ende. Ja, stimmt. Sorry. Dumm. Okay. Aber trotzdem, aus meiner Sicht... Verdammt. Ja, aber man sieht... Gut, dass du mich von den Kommentaren gerettet hast. Aber ich finde schon, das ist halt dann entscheidend bei engen Ergebnissen. Ja, genau. Das ist es ja auch. Und man sieht ja schon, dass Topwater-Punkte allein schon sehr, sehr entscheidend sein können. Und dann können Minuspunkte auch entscheidend sein. Und dann würden Angler das auch, ich glaube, ein bisschen mehr respektieren, diese Regel. Und nicht Slingshot machen und mit Absicht Fische rausheben oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, allein meins. Also ich finde diese 10-Minuten-Strafe lächerlich. Oder du machst einfach eine Stunde Strafe. Stunde? Stunde wäre krass, Alter. Also entweder du hast eine Strafe, die wehtut, oder du hast keine Strafe, die wehtut. Du hast auch ein Kind. Funktionieren Strafen, die dem Kind scheißegal sind? Nee. Nee. Nee, aber es muss ja auch, weißt du, ein Kind interessiert auch keine Strafen, die irgendwie nicht in der, im Zusammenhang stehen, weißt du? Die Konsequenz muss erschließbar sein. Also finde ich Punkte besser. Ja, weil Zeit ist halt, vor allem 10 Minuten ist halt nichts. Wenn du wirklich sagst, okay, du nimmst dir eine Stunde. Eine Stunde haut ihr kompletten Plan auseinander. Das ist wirklich etwas schmerzhaft. Aber willst du dann uns bestrafen, was zuschaut, dass wir eine Stunde weniger unseren Lieblingsangler sehen? Fände ich auch dumm. Deswegen ist für mich die einzige sinnvolle Strafe 20 Minuspunkte. Ja, außer das Viewtime geht dann weg. Und das ist auch wieder Werbezeit, die eigentlich eingekauft worden ist. Also ich glaube, Stunde Strafzeit kannst du nicht machen. Alter, dann kommen die an und wollen ihr Geld zurück, die Werbepartner, wer weiß, Alter. Ja, auch die Angelfirmen, die ja dafür eigentlich sich Watchtime holen, dass eben... Was soll auch der Kameramann und der Angler machen, die 10 Minuten, dann machst du halt Pause und so. Aber man sieht ja, es lohnt, es bringt nichts. Genauso würde ich halt auch so unter Strafe stellen, den falschen Kescher mitzunehmen. Also wenn du an der Spundwand angelst und kommst dann mit deinem 1,80 Meter Kescher, so wie Ton, und rennst dann gefühlt, also du führst nicht den Köder an der Leine, sondern führst den Fisch an der Leine ein bisschen aus, bis zum Strand vorne, wäre für mich genauso eine Strafverhandlung, wo ich sagen würde, Junge, du weißt, dass da eine Brücke ist, oder? Erzähl mir, dass du den Spot nicht kennst. Nimm doch einfach den scheiß Kescher mit. Was ist dein Problem? Also, du weißt, wie ich meine. Und die machen das so lange, bis es reglementiert wird. Wir haben es bei allen gesehen. Alle mal, ja, keschert. Und dann unser Veit hat nicht gekeschert. Da haben sie die Kescherregel gemacht. Das ist halt einfach so. Warum sollen es auch, ganz ehrlich, wenn die privat angeln, wenn die jeden Fisch rausheben, weil ich glaube auch, und das ist ja auch eine Mär, die immer erzählt wird, wenn so ein Trottel wie ich einen Fisch rausholt, ist das Beste für Tier und mich, den rauszukeschern. Wenn du Profiangel bist, der seit 30 Jahren keschert, wird der den wahrscheinlich mit der Hand besser rauskeschern können, als ich bin ein Kescher. Ja, da glaube ich auch dran. Aber das weiß ein Zuschauer nicht, der mit Angel nichts zu tun hat, wo wir wieder bei der Vorbildfunktion sind. Deswegen einfach den gottverdammten Kescher hernehmen und gut ist es. Aber ich glaube, das muss reglementiert werden. Hast du vollkommen recht. Und eben mit Strafpunkten. Ja, irgendwie was auf jeden Fall. Wie seht ihr denn in den Kommentaren? Genau, das wäre mal spannend. Genau, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Ansonsten positiv aufgefallen in der letzten Folge. Wir hatten es da letztes Jahr kritisiert, die Siegerehrung. Krass. Ja. Krass. Nein, nein, nein. Was findest du nicht gut? Ah, jetzt ohne den Cut, Alter. Hallo. Gut. Okay. Ja, dann bin ich dabei. Ja. Die Siegerehrung wieder sehr, sehr schön. Wo der Gewinner sich äußern konnte, der Pokal übergeben worden ist. Und die Leute, man konnte die Herzhaftigkeit sehen und sowas alles sehr, 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 sehr stark, wollte ich nur sagen. Das ist richtig, richtig gut. Und vor allem die Medaillen. Und vor allem die Medaillen. Ja, Medaillen. Ja, Medaillen. Auch top. Ja. Wo sie sich echt Mühe gegeben haben. Wo du sagst, boah, haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ähm, richtig schön. Und wie du sagst, richtig zelebriert. Auch, auch dem richtigen Rahmen gegeben. Nicht irgendwie vor, 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 vor dem Bootsparkplatz. Und dann nimm dir den Pokal, sondern wirklich zelebriert. Mhm. Das stimmt. Wirklich cool. Das stimmt. Und das, das, das finde ich ganz geil. Ähm, was natürlich noch schöner wäre, aber das geht einfach zeitlich nicht. Wäre halt schön, auf der Angelwelt die Siegerehrung zu machen. Das wäre halt noch schöner, aber das geht halt zeitlich absolut nicht. Und es gibt keine große Messe dazwischen. Aber das fand ich halt richtig cool. Ähm, was ich mir nächstes Mal wünschen würde, dass vielleicht auch sogar noch die Werbepartner hinten, irgendwie mit ein paar Schültern, dass man da auch noch ein bisschen, weil jetzt ein oder andere YouTube-Money mehr rausdrücken kann, was noch ein bisschen in die Produktion geht. Können wir auch noch die Sponsoren vielleicht zeigen hinten. Aber sonst wirklich eine Steigerung um mehrere hundert Prozent. Also, wenn man sich YPC Boat die Übergabe anguckt. Ja. So, ja, hier, Dustin mal wieder, ne? Der Schöne, jawohl, ja. Pokal nimmst du dir selbst, ne? Ja, alle, alle schauen schon wieder so, ah, der Schöne, ey. Ich weiß, das war bestimmt nicht so. Es hat halt für den Zuschauer so gewirkt. Das war der, der immer die Eins in der Klasse gekriegt hat. Du hast die Fünf wieder einkassiert. Und dann wurde er wieder vorne nach vorne getan. Ja, schön, die Eins wieder, wunderbar. Wieso bin ich eigentlich noch hier? Ich bin natürlich auch für Dustin, aber das war richtig schön. Also, das hat mir auch gefallen, dass sie sich auch Zeit gelassen haben. Die haben sich ja wirklich Zeit für Siege haben gelassen. Ja. Und das fand ich schön. Das hat, das ist halt dann nicht, das war halt so. Aber wie gesagt, so wünsche ich mir das immer wieder. Auch bei YPC Best. Dass ich da auch was Schönes überlegen. Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Wir haben zwei Punkte noch. Also, hier bei mir, da habe ich noch zwei Punkte. Einmal Wildcard hattest du noch in deiner, in deiner Vorschlagsbox. Und du wolltest noch die Merchboxen kritisieren. Ja, 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 natürlich. Mimi Turkle ist wieder da. Also, it's your turn, bro. Wildcard. Die wenigsten wissen ja, wofür das Y in YPC steht. Das steht ja für YouTube. Jetzt habe ich gesagt, Eis habe ich natürlich gleich wieder auseinandergenommen. Der Pro, mal wieder. Aber für mich hat es wenig mehr mit YouTube zu tun. Warum? Das ist ja damals gestartet mit wirklichen YouTube-Kanälen. Jetzt kann man sagen, ach Tim, hör auf, komm. Du siehst auch noch die Bundesliga als wirkliches Ding und ich als Commerzprodukt. Ja, sehe ich. Aber ich weiß, wo der Fehler liegt. Du bist ja auch der Fan vom größten Commerzprodukt in der Bundesliga. Seit 97. Damals war man nicht so erfolgreich. Ich erwähne immer 2001. Ich habe noch nie so viel geweint. Aber, ich würde mir eine Wildcard wünschen. Und ich würde mir eine Wildcard, und jetzt hör zu, Toni, wir machen wieder Geld daraus. Wir machen uns mal eine Idee Geld. Du machst ein weiteres Turnierformat. Und zwar, wo sich YouTube oder Twitch kann. Ich würde auch auf Twitch gehen, weil so viel YouTube gibt es nicht mehr in der Angelwelt. Sondern ich glaube, viel, viel noch Twitch statt. Ich würde mir wünschen, dass man ein wirkliches Wildcard-Turnier macht. Mach das Fanturnier. Ja, trotzdem ist es nett. Aber ich würde gern Twitch und YouTube-Leute sehen. Wo ich dann eine Grenze machen würde. Keine Ahnung. 100.000 drunter oder so was. Oder 50.000. Ich weiß. Ich habe kein Gefühl dafür, wie viel Follower man haben darf. Ohne, dass man jetzt irgendwie groß dabei ist. Es ist wirklich so ein kleiner YouTube-Kanal. Mir fällt ein, Panty, Bravestar und so weiter. Diese ganzen typischen Twitch-Angler. Ein paar YouTube-Angler, die gute Videos machen. Die in den Cup schicken. Und wirklich so ein Battle-Royal draus machen. Dass man nicht irgendwie fünf Kamerateams braucht. Sondern ähnlich wie es die Profiliga lange Zeit gemacht hat. Und ihre Wildcards ausgeangelt hat. Da waren die alle um einen See rumgestanden und mussten angeln. Sowas fände ich mega geil. Man hätte mal noch mehr Zuschauer bekommen. Ich würde mich freuen, wenn man eine richtige Wildcard dabei hat. Ich fand es bei Seven vs. Wild nicht so geil. Weil Joris mir einfach zu viel geredet hat. Ja, ich bin so ein Joris-Skipper. Aber es kann auch einfach geil sein. Du kannst auch einfach ein Angel-Talent fangen. Du kannst auch mal einfach als Fox-Rajor so sagen. Hey, der ist nicht mal schlecht. Du kannst auch mal jemanden im YPC mal finden. Wo? Eigentlich ist das ein mega krasses Talent. Cool, nehmen wir den. Das fände ich geil, wenn es sowas geben würde. Dass halt eine Wildcard draußen ist. Und ja, ich weiß, wie es in den alten YPCs war. Dass es da ein Problem gab. Aber ich glaube, man könnte das anders machen. In der heutigen YPC-Seite mit dem Production Value. Könntest du eine Wildcard auch mit dem externen Kamerateam ausstatten. Fände ich super. Ich bin auch gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Ob ihr das eine coole Idee findet. Ich finde es lustig. Was sagst du dazu, IC? Ja, ich meine, man könnte das Ganze in einen neuen Start bringen. Weil, wenn man überlegt. Damals hat ja auch, wie heißt der? 50 Up von diesem Laden. Weißt du, was ich meine? Ja. Heißt das 50 Up? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, aber wir müssen mit 50, ja. Ja, oder 50. Oder Fisch ab? Fisch ab? Nee, Fisch ab war nicht wieder. Blödsinn. Ja, auf jeden Fall. Der ist dadurch auch ja relativ bekannt geworden. Eigentlich richtig, richtig gut. Und dadurch kam ja auch die Marke so ein bisschen ins Weilen. Und der Shop auch und so. Das war cool. Ja, auf jeden Fall. Klar ist diese Scheiße da passiert. Aber da ist das ja schon aufgefallen. Allein mit euren Produktionen, da schon mit der Produktionen ist das aufgefallen. Und man muss es ja gar nicht so aufbauen, wie der YPC an sich. So wie Törkett schon sagt, man kann ja in ein, zwei Gewässer fischen und da gucken, wer da die besseren Fische fängt oder sonst irgendwas. Also fände ich schon interessant. Auf jeden Fall, wenn es so ein Wildkite-Ding gibt. Einfach nur auch mal. Oder noch eine bessere Idee. Fenturnier. Der das Fenturnier gewinnt. Der andere darf mit. Für das Nächste, Alter. Ja. Warum nicht? Fenturnier einfach noch mal so vier Plätze mehr bauen und dann die rein. Aber mit dem Angelstar sozusagen fischen. Und der das dann gewinnt hat. Junge, das ist eine wilde Idee. Wer noch nicht. Wer auch ein geiler Gewinn für denjenigen. Und im besten Fall sehen wir im Finale den Angelprofi, mit dem er im Fenturnier geangelt hat, im Finale mit seinen Schützling. Alter, das ist eine gute Idee. Ohne Witz, Alter. Ja, Toni, hör dir das mal an. Vielleicht hörst du das. Das könnte eine interessante Idee sein, auf jeden Fall. Aber dann hast du ja ein Gefühl für den. Du kennst den, lernst den kennen. Ja. Du hast, glaube ich, ein besseres Gefühl mit dem. Und das wäre halt dann wirklich mal so ein richtiger Frischling, der noch nie in der Turnierszene war. Das wäre halt geil. Also, ich würde natürlich auch gern Bravey und Pantheon so sehen. Aber das wäre auch eine coole Sache. Ja. Weil du hast halt einen kompletten Underdog. Und überleg dir mal, der schlägt den Schöne raus aus dem Turnier. Was das für eine Story wäre. Oder Enrico oder sonst irgendjemand. So richtig gestanden ein Turnieranglässe. Wäre doch geil. Vielleicht hat er seinen besten Tag seines Lebens und kickt aus davor und irgendeinen großen raus. Ja, Mann, Alter. Ja, ich verstehe. Das klingt gut, ey. Das klingt wirklich gut. Also, vielleicht eine Idee. Und jetzt kommen wir wieder zum Geldverdienen. Ich bin hier für den Commerz zuständig in dem Format. Target mal eingestellt bei LMW, Alter. Ich sehe schon, komm. Mr. Moneymaker, ja. Nein, das Problem ist, ich bin, kann man mir abnehmen, dass ich Fan von YPC bin? Ich glaube, ja. Und jedes Jahr sage ich immer wieder zu Echt und Barsch, kommt bitte, kommt YPC Merch? YPC Merch? So Merch, ne? So Käppchen und so. Du hast nur so einen Zirpengrillen. Dieses Jahr war ja sogar die Scale dann zu spät, weil sie nicht richtig geliefert worden ist. Und dann hast du die Scale gehabt. Ich so, ja, Scale, 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 Scale. Jo. Gekauft, ne? 35 Euro, glaube ich, oder 30 Euro. Und das Ding. Und dann, ja, kommen T-Shirts. Nee, Tim, kommen keine T-Shirts. Kommen, kommen Käppis. Komm, komm, ne Käppi. Ne Käppi wäre doch geil. Nee. Bei Sex schickst du irgendwie ne Käppi vor. Ja, hier, Tim, Käppis. Hier, noch ne Käppi und noch ne Käppi und nen Teddypulli. Nimm, nimm, nimm. Ja, bei YPC so. Wir haben jetzt ein LMA-B-Shirt in einer anderen Farbe. Yes. Aber YPC Merchandise. Dann denkst du, okay. Oh, da kommt die Fanbox. Du denkst dir, Fanbox, 100 Euro. Oh, Fanbox. Da wird doch Merch drin sein. Dann packst du die Fanbox aus, die Scale drin. Die hab ich schon. Hast du die verlost nochmal? Die wird bald verlost, ja. Stehst du da? Folgt mir auf Instagram. Bald verlost, ne? Nein, aber... Ne, aber du denkst dir so, wieso kein Shirt? Also ich verstehe, dieses Jahr verstehe ich es ja, weil sie jetzt für jedes YPC-Format ein anderes Shirt haben. Ja, dann mach doch irgendwie ein Shirt, wo alle Logos irgendwie enthalten sind, so ein YPC-Fan-Shirt. Ey, wir haben einen Mr. Waller-Shirt gehabt, eine Sonder-Edition. Kann doch nicht sein, dass ZEK eine Sonder-Edition für den YPC rausbringt und der YPC kriegt nicht mal hin, einen YPC-Bank-Shirt zu machen. Die müsste sich doch verkaufen. Also, dann mach halt eine kleine Stückzahl, dann mach doch limitiert. Machst wie ein Newtrop, sagst du hier, 100 Shirts, first come, first serve. Das fände ich einfach geil an. Mir hat das Merchandise dieses Jahr einfach gefehlt. Letztes Jahr das geile Quartett. Dieses Jahr, ich hätte einfach gern T-Shirt ohne T-Shirt. Oder das, ja. Wie gesagt, ich sag immer wieder, Tracht-Ban macht das, ja. Und Tracht-Ban ist ein Indie-Comic-Zeichner. Der kriegt das hin, dass du in jedem Magazin eine andere Sammelkarte kriegst. Und wenn du alle Sammelkarten haben willst, dann musst du dir alle vier Variant-Cover von den Comic kaufen, das du hast. Das kriegt der hin. Ich vermittel gerne den Kontakt, Toni. Aber das geht. Also man kann das. Das ist real. Man kann das tun. Und ich fände das mega geil, Sammelkarten. Sammelkarten. Auch von der Belegschaft. Warum nicht von der Belegschaft Sammelkarten haben? Ja, man könnte so viel mit Sammelkarten machen. Ohne Witz, ja. Man könnte richtig viel machen. Wie gesagt, ich würde hier Enrico einrahmen. Die Enrico-Sonderkabel-Ultra-Ware-Spezial. Nur mit dem Jahres-Abo vom Lurtrop. Scheißig, ob ich für ein Lurtrop-Ware jetzt habe. Ich will diese Sammelkarte. Hast du aber so eine Karte, Alter. Wie sind die Baseball-Karten, Alter. Und dann hast du Enrico da so stehen, Alter. Zack, Junge, Alter. Das ist ja so geil, Mann. Ja, stell dir mal vor, du hättest mehrere Varianten. So wie bei FIFA, so alten Karten von Enrico. Enrico als Rapper. Als Sammelkarte. Enrico in jungen Jahren. Prime, Enrico. Es gibt so viele. Du kannst von jedem Format. Du brauchst ja nur eine Edition pro Jahr machen. Wegen den vielen verschiedenen YPC-Formaten. Und dann kannst du erst mal in diese verschiedene Charaktere reingehen. Und dann hast du auch noch verschiedene Varianten von Holoformen. Und Alter, das kannst du so viel machen, Alter. Stell dir mal vor, als YPC-Fan-Teilnehmer hast du eine Trading-Karte am Schluss von dir. Junge, das ist dicker. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Werde unsere Vorkläge. Aber Leute, was wollt ihr denn? Was für euer Lieblingsmerchand? Das würde ich kaufen. Toni, mach das. Ich kaufe zehn. Was für euer Ding, wo ihr sagen würdet, ey, davon hätte ich gern für ein Merchandise. Die YPC-Badeente oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe einen FC Bayern-Kalender dieses Jahr aufgemacht. Ich habe so viele Merchandise-Ideen. Die haben alles da drin. Ich habe jetzt ein Umhängeschnapsglas in Form eines Bierkrucks mit FC Bayern. Ey, das habe nicht mal ich gedacht. Also alles. Ansonsten haut ruhig mal raus, was sind eure Verbesserungsvorschläge noch oder Wünsche für den nächsten YPC. Eure Meinung zu unseren Vorschlägen, zu unserer Kritik auch. Und ja, ich bin gespannt, ob vielleicht irgendwas davon angenommen wird oder nicht. Na, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns wieder zum nächsten YPC-Talk. 29.01. Ne, da kommt die Folge. Da startet der YPC-Bass und dann darauf den Montag. Ist dann vielleicht der Erste, oder? Ne, der 1.30. oder der Erste vielleicht? Der 1.30. Der 30. vielleicht, weil 29. ist ja ein Sonntag. Finde ich ja meistens an einem Sonntag statt, oder? Schau mal. Ne, der 1. ist Mittwoch. Der 30. ist Montag. 29. macht Sinn, am 30. sind es dann. Ja, ne? Leute, dann gibt es auf jeden Fall YPC-Talk. Leute, auf jeden Fall. Holger, ich glaube, wir haben alles auf den Punkt gebracht, oder? Ich glaube, wir haben alles. Okay, dann geht das Ding raus. Und ich sage, wenn ihr im Wasser seid, ein dickes Petry. Ah, nein! Dicker, Doppel-Giveaway noch. Gut. Da sich letztes Mal keiner gemeldet hat auf das Fish-Explorer-Giveaway, hauen wir diesmal zwei Giveaways raus. Und das machen wir diesmal mit dem Start-Raffle-And-Pick-Random-Winner. Ne, warte mal. Nur, also eins sowieso vom letzten Mal. Stehst du? Und dann müssen wir mal noch eins von davor das Mal machen. Also, picken wir jetzt erstmal den vom letzten Mal. Ja, man muss aufs andere Video gehen, oder? Bist du von denen oder raffelst du jetzt beides Mal beim zweiten Video aus? Alles beim zweiten Video mache ich jetzt. Gut. Gut. Ja, ich verstehe. Das erste Paket geht an Tom Kilian. Geile WPC-Folge und eine super Reaktion darauf. Vielleicht wegen Risen Sebeers. Aber der 90er Zander von Rhi hat mich am meisten geflasht. Da hast du ja gefragt, welcher Fisch, ne? Tom Kilian bekommt ein Paket. Und jetzt pick another winner. Los Crachos. Alter. Los Crachos? Geiler nicht. Junge, Crachos, Alter. Ist auch auf den Twitch-Kanälen unterwegs übrigens. Und hat einen riesen langen Kommentar geschrieben. Den musst du jetzt vorlesen. Okay. Erstmal Moin gesagt. Ich habe vorgestern auch direkt zu meiner Frau gesagt. Und das ist auf den Kommentaren von Hecht und Barsch hinzugefügt. Dass ich jetzt einfach wie dort gemessen wird. Wir haben über die Scale geredet. Es gehört eine feste, nicht glitterbare Unterlage zum Messen her. Denn viele Fische im Gesamtturnier waren gerade so maßig. Weil die Macht ja irgendwie verknittert war. Konnte man jetzt nicht so genau sehen. Das kann durchaus zu Problemen führen. Wenn Jungangler, neue Angler sich dieses zum Vorbild nehmen. Und diese Fische mitnehmen. Den Fisch zwar ordnungsgemäß betäubt und abgestochen haben. Er aber bei der Kontrolle 0,51 Meter zu klein ist. Somit immer eine feste Messmatte verwenden. Und ich schließe mich Tims Aussage absolut an. Und auch dieses schrieb ich schon vorgestern. Bei dem YPC Video drunter. Dass der Kameramann und Schiedsrichter für das korrekte Messen. So wie der Übertragung des Messergebnisses verantwortlich sein muss. Das hatten wir auch mal gesagt. Den überraschendsten Fisch hat für mich Ton mit seinem Karpfen gefangen. Oh stimmt der Karpfen alter. Aber auch der Aal von Team Stroff gehört absolut zu diesen Wow Fischen dazu. Ich wünsche euch allen einen guten durchs Neujahr. 23, 23, 23, ganz besonders viel Gesundheit. Liebe Grüße, Claudian Basti aus dem Öziland. Beziehungsweise in den südöstlichen Brandenburg. Glückwunsch, Krachos. Glückwunsch. Viel Spaß mit dem coolen Paket. Da auch nochmal vielen Dank an Fisch-Explorer, die das alles möglich gemacht haben. Das musst du auch sagen. Auf jeden Fall. Schickt Adresse. Entweder per Mail oder per Instagram. an mich. Und bald Giveaway bei Turkelton wegen der YPC-Scale. Die hat er jetzt doppelt. Nicht vergessen. Bald tausend Volle auf Instagram. Bald. Bald. Da brauchen 90 fehlen. Mach die tausend Abos bei Instagram bei ihm voll. Dann gibt es Giveaway. Was Eis gesagt. Und das haben wir jetzt auch erledigt. Und dann sage ich jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Watz im Wasser, dickes Petri. Lasst euch gut gehen. Das Allerwichtigste ist. Bleibt gesund. Und das Abschlusswort hat mein bester Freund hier. Turkelton. Kuss. Guten Start an 2023, Leute. Ihr fangt richtig dicke Fische dieses Jahr. Ich spüre das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.